Viel Glück! Na dann! Spring! Mach! Port mich! Okay, also wir sind im Wasser. Da unten ist ein Buch, das wir lesen können. Das Tagebuch von Gibatto, berühmter Bäcker aus Sprosshafen. Obwohl durchweicht und leicht verschmiert, sind die letzten Tage von Gibattos Erlebnissen in Sprosshafen noch immer lesbar umblättern. Tag 4. Sprosshafen ist ein wenig leerer, als ich es in Erinnerung habe. Und woher kam all der Tod und das Verderbnis? Diese Stadt ist wahrhaftig vor die Hunde gegangen. Bei der nächsten Wahl werde ich Zaref aus dem Amt wählen. Okay, es wird relativ viel, also das lassen wir. Hier, Finnrick. Hallo, Säuger. Draußen war es langweilig, daher habe ich mich entschieden, euch Gesellschaft zu leisten. Ich glaube jedoch, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Es gibt hier nicht das kleinste Stückchen ordentliches Essen. Sogar dieses Unterwasserbrot ist irgendwie immer noch trocken. Seltsam. Das ist alles ein Albtraum. Ich weiß, dass dies ein Albtraum ist, aber dennoch möchte ich essen. Habt ihr jemals von Albtraumnahrung gekostet? Ich wette, sie schmeckt köstlich. Ich habe etwas von diesem Brot probiert, aber es ist ekelhaft. Es hat keine Knochen, die man zermalmen kann oder Blut zum Ausschlürfen. Okay. Fürst Arak ist nirgendwo hier drinnen. Konzentrieren wir uns. Irgendwo. Ja, okay. Arak möchte tatsächlich alle Erzeuger vernichten, diejenigen, die träumen, Kreaturen wie euch. Seitdem ich gelernt habe, eure Existenz zu akzeptieren, ja zu mögen, lehne ich sie ab. Wenn Fürst Arak's Albtraum gestattet wird, seinen Höhepunkt zu erreichen, werden ihr und ich und all unsere möglichen Beute zu existieren aufhören. Ich höre da unten seltsame Geräusche. Das Rasseln von Skeletten und die ächzende Stimme als Bett kann nur eines bedeuten. Eine Untotenparty. Ich werde dieser Feier ein Ende bereiten. Gut, amüsiert euch. Wir sind heute hier zusammengekommen, um zwei von Talaras hellsten Seelen in dem unheiligen Bund der Ehe zu vereinen. Ich liebe euch, Zaref. Das hier ist der schönste Moment meines Lebens. Zu Alsbett-Hochzeitsfeier? Ich kann die aber einzeln angreifen, ja? Ja, okay. Weil so viele auf einmal schaffe ich definitiv nicht ohne diesen tollen Knüppel und selbst mit Knüppel würde ich wahrscheinlich am Damage sterben. Aber jetzt 30 Viecher töten? Dein Ernst? Ich meine, okay, sie gehen relativ fix, aber es sind immer noch 30. Ich könnte AE machen, aber erstens habe ich nicht so viel AE. Und zweitens... Ne? Ach ja, das wird spaßig. Es ist momentan so aktiv im Chat. Irgendwie. Es ist sehr verwirrend. Sonst ist es immer relativ... Ja. Relativ ruhig, ja. Schreibt kaum einer, macht kaum einer. Oh, oh. Oh, oh. Pat, wen zum Henker greifst du da an? Habe ich Oh, Oh erwähnt? Ich gehe zur Torte. Alter Schwede, nee, nee, das ist nicht gut. Wie so viele auf einmal angreifen. Er stellt euch mal vor, mich würden 30 angreifen. Ha, 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 ha. Schlechter Witz. Einfach nur ein schlechter Witz. Fünf oder so. Neun. Nein, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ich habe gleich ein Drittel geschafft. Ye. Das ist ja bombig. Ich glaube, ich mache die Quest fertig und gehe dann was essen, weil ich habe echt Hunger gerade. Na, ist ganz gut. Dann kann ich auch gleich Wäsche anmachen, den Geschirrspüler. Ich mag Hausarbeit nicht. Hier, wer mag es. Wobei, es gibt wirklich Leute, die machen gerne Hausarbeit. Ich verstehe nicht warum. Es ist anstrengend. Es ist, ohne das Böse zu meinen, unproduktiv. Ja, weil gerade wenn du Katzen oder Hunde oder sowas hast, dauert keine Stunde, ist der Teppich wieder voller Haare. Also, das ist so, weiß ich nicht, ich finde das demotivierend. Also, wenn du Ordnung machst und sauber machst und dann ist alles ordentlich und sauber und bleibt so, gut, kann ich mit leben. Aber wenn du Ordnung machst und sauber machst und es ist nach einer Stunde genauso wie vorher gefühlt, ist das so, naja, egal. Ist noch irgendwas Tolles zu erzählen? Ich habe einen Poltergeist noch auf Arbeit. Mein Chef, äh, hat eine Tür, die sich selber abschließt. Da ist, keiner fässt die Tür an, auf einmal ist sie abgeschlossen. Sogar, ich weiß nicht, jemand hat das, ich finde das so lustig, weiß nicht warum. Die schließt sich von alleine ab, diese blöde Tür. Hart, echt hart. Also sitzt dann so da, denkst du nix böse, auf einmal ist abgeschlossen. Und dann so, Kai. Kai. Was hat der geübt? Äh, dramatisches Sterben im Theaterkurs, Grundschule oder was? Ich hätte ja auch in der Schule darstellend Spielen machen können. Anstelle von Kunst und Musik. Also ich muss sagen, ich fand es schon sehr geil, dass man, äh, dann ab der elften Klasse sich Dinge aussuchen könnte. Konnte. Also sowas wie, äh, sowas wie, ob du, äh, Gesch- Nein, Geschichte musstest du nehmen. Ob du Erdkunde, Philosophie oder Was war das dritte? Da war noch irgendwas, was man da nehmen konnte. Weiß ich nicht mehr. Oder ob du Kunst, Musik oder darstellendes Spiel machen möchtest. Welche Sprache du machen möchtest. Also du musstest eine zweite Sprache machen. Du konntest entweder Französisch, beziehungsweise Russisch, was du ab der siebten hattest, weitermachen. Oder halt, äh, eine neue Sprache beginnen. Oder halt, wenn du ab der neunten Latein genommen hast, was ich definitiv nicht gemacht habe, weil ich bin ja nicht blöd. Konntest du dann, äh, halt Latein anstelle von Französisch nehmen. Das hat dann gereicht quasi. Also ich finde es gut, dass man sich das dann aussuchen konnte. Und wenn man gesagt hat, okay, äh, ich mochte jetzt Französisch, Französisch nicht so, ich möchte doch lieber zu Russisch. Oder ich mochte Französisch nicht so. Ich probiere es mal mit Spanisch. Ging alles. War in Ordnung. Konntest du machen. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr geil. Da war ich großer Fan von. Vor allem, weil ich Kunst abwählen konnte und Erdkunde. Also, ich, ich bin nicht gut in Geografie. Also, ich kann alles mögliche, aber Geografie, mh, 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 merke ich mir nicht. Genauso wie Geschichte, aber Geschichte musste man behalten, was ich sehr krass fand. Ne, und auch bei den Naturwissenschaften konntest du dir aussuchen, was du machst? äh, 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 lass mich nicht lügen, der sechsten Klasse. Also, der Lehrer, der, den wir hatten, der war eine Katastrophe. Also, ganz ehrlich, wenn man im Bio-Unterricht irgendwas über Karl den Großen lernt, wie er über die Alpen gewandert ist, leicht am Fach vorbei, äh, das ist halt grauenhaft. Ich mochte ihn auch nicht. So ein eingewildeter Gockel, ganz ehrlich. Na, okay. Ich habe ihn irgendwie überlebt. Irgendwie. Vor allem, was Tolle war, auch die Lehrer konnten den nicht leiden, ne? Und der war Direktor. Die Lehrer konnten den nicht leiden. Allesamt nicht. Und, ach, ne, okay, gut. und, ähm, ich habe den Faden verloren. Oh, wieder. Das ist so ätzend, ab und zu. Also, was heißt ab und zu? Mir passiert das irgendwie öfters. Ähm, naja, jedenfalls, äh, Bio, okay, ich habe nichts gelernt. Was will ich da weitermachen? Chemie, hatte ich die ersten zwei Jahre eine sehr gute Lehrerin. Also, da, äh, habe ich einiges mitgenommen. Und dann war Lehrerwechsel. Und der Typ, der konnte nicht unterrichten. Den konnte ich als Typ nicht leiden. Und, äh, weiß ich nicht. Seine Klausuren waren irgendwie alle seltsam. Also, bin ich spontan von 1 auf 3, auf 4 gerutscht. Und, äh, das hat mir so ein bisschen den Spaß verdorben an dem Fach. Und dann gab es halt noch, äh, Informatik. Und Informatik war ich schon immer relativ gut. Und, oh, oh, Oh,